Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk Daily. Heute am Freitag, dem 2.2.2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 302. Mit dem Martin. Ich weiss nicht, ob du das immer sagst. Aber auch mit mir diesmal mit dem Achim. Was haben wir denn heute für Themen, Achim? Ja, was haben wir? WhatsApp, Instagram, Uber, Lyft, MWC, Nintendo, HomePod und die Apple-Quartalszahlen. Das gab es erst, ich glaube, zweimal, wo wir mehr als eine Person hier in der Daily waren, oder? Begrüßung? Ja, ich hätte auch die Begrüßung gesagt, keine Ahnung. Aber warum sind wir jetzt denn heute zu zweit? Ja, wir haben es ja diese Woche geschafft, die 300. Geek Talk Daily-Folge online zu bringen. Mittlerweile, wie ihr ja im Einleiten gehört habt, die 302. Rein aus termintechnischen Gründen haben wir es nicht auf die 300 gekriegt. Und die 303 wollte es dann auch nicht werden. Und deshalb wurde es die 302. Ja, und das als kleine Überraschung dann heute, dass wir zu zweit sind. Aber die Leute wollen natürlich die News hören. Aber wir wollen sie trotzdem noch mit ein paar Statistiken informieren, glaube ich. Genau, die lieben Statistiken immer, die man so gerne hört oder auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, was habe ich mir rausgeschrieben? Meine Person, den nimmt man immer zuletzt. Der Achim hat 103 Folgen aufgezeichnet hier in der Daily. Der Jan 97 und meine Person 107. Ende der nächsten Woche sind wir dann wieder gleich auf, wir beide. Insgesamt, wie gesagt, 302 Folgen und eine durchschnittliche Länge von 7 Minuten und 14 Sekunden. Also so wie eigentlich angedacht, oder? Zwischen 5 und 10 Minuten zu Beginn. Genau, wo ich tendenziell, glaube ich, immer eher zu den 5 Minuten tendiert bin. Obwohl, ich glaube, meine letzte Woche war auch ein paar Mal eher so 8 Minuten plus. Ja, die letzten 2-3 Monate waren eher bei 5 als 10 Minuten, das ist so. Ja, wir haben ja bald wieder Sommer noch, dann haben wir Themen ohne Ende. Oder auch nicht, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Insgesamt sind das 1,5 Tage alles zusammen angehört. Im Schnitt 5,1 Megabyte, das euren Datenplan, ja, wie sagt man, beansprucht. Und 3,1 Gigabyte alles zusammen, die ihr schon runtergeladen habt, wenn ihr alle Folgen gehört habt. Und wenn man das Ganze einem Stück anhören möchte, ist das ein ganzer Tag Podcast hören. Auch nicht schlecht, oder? Gut, das wird sich aber keiner antun möchten, zu Recht, denn eigentlich geht es darum, dass wir ja die News haben, die heute aktuell sind und die hört man sich ja nicht unbedingt in der Vergangenheit an. Genau, bevor wir jetzt die 7 Minuten 14 total sprengen, Achim, die ersten Themen. Genau, bei mir geht es erstmal um WhatsApp, denn WhatsApp für iPad ist in Arbeit und anscheinend jetzt auch wohl demnächst dann verfügbar. Allerdings kann man schon mal wieder gleich zurückrudern, denn WhatsApp fürs iPad wird sowas sein wie der WhatsApp für den Desktop, den ich zum Beispiel auf der Mac nutze, was eigentlich nur ein Wrapper ist für die WhatsApp Web App. und die funktioniert so genauso wie die ganzen Desktop-Versionen, nur wenn man entsprechend auch ein Telefon hat, wo die WhatsApp mit der Nummer verknüpft ist, was auch gleichzeitig online ist und da muss man QR-Code scannen und dann kann man es auch auf dem iPad nutzen. Also leider keine so tolle Info, ich glaube ganz viele wären einfach dankbar für ein natives WhatsApp, was auf dem iPad läuft. Naja, kann man nichts machen. Wo man aber was machen kann, ist nicht in, sondern auf Windows 10, denn da kann man sich nämlich jetzt auch die WhatsApp-Desktop-App bald installieren, denn die ist bereits seit einigen Monaten im Microsoft-Store gelistet, konnte aber nicht runtergeladen werden, aber jetzt geht das und ja, wer möchte, kann sie jetzt auch nutzen und wie gesagt, es ist eigentlich nur ein Wrapper um die WhatsApp Web, die man auch schon die ganze Zeit unter Windows 10 nutzen konnte. Und wenn wir da schon im Hause Facebook bleiben, WhatsApp gehört ja zu Facebook, auch eine Neuigkeit von Instagram, da haben wir auch relativ häufig Neuigkeiten, die führen jetzt den Schreibmodus an. Wir hatten es schon vor einer Woche oder ein Tick länger vielleicht, da wurde es nämlich schon getestet, man kann in seiner Instagram-Story nun nicht nur Fotos und Videos posten, sondern ganz einfach reine Textbeiträge, die man dann entsprechend aufpimpt mit einem Hintergrund, Bild eigentlich nicht, sondern in einer Farbe oder in einem Stil oder in einem Muster und dann kann man mit Texten und kleinen Gimmicks halt, Textbausteine, eine Karte erstellen, die dann die Story bereichert. Also, ich gucke es mir auf jeden Fall an und das Ganze ist jetzt für iOS und für Android ab heute verfügbar. Ganz anderes Thema, Uber, die haben ja diverse Probleme, aber die gucken sich auch mal um, was sie sonst noch so machen könnten, außer dem klassischen Uber, was ja eher einem Taxi entspricht und die testen nämlich jetzt unter dem Namen Uber Bike, einen Bike-Ridesharing-Dienst in San Francisco mit Elektrofahrrädern. Über die App bucht man dann sein Elektrofahrrad, lockt sich ein, nutzt es und lässt es irgendwo stehen und dann kann der Nächste sich das da auch wieder über die App buchen. Ähnliches Konzept gibt es auch schon in China und das ist nicht so ganz gut angekommen, auch gerade, weil man die dann einfach ja überall rumstehen lassen kann, im Gegensatz zu den klassischen Mietfahrrädern, die wir so aus den Großstädten kennen, wo es entsprechend halt immer so kleine Stationen gibt, die dann halt auch schon vielfältig über die Stadt verteilt sind und man seine Rad da wieder dort abgibt. Und ja, bei Uber Bike läuft das dann anders. Und wenn wir schon beim Thema Uber sind, der Konkurrent von Uber in den Staaten ist die Firma Lyft. Die sind auch eigentlich nur da aktiv und in Toronto, Kanada, machen eigentlich genau das gleiche wie Uber. Privatleute fahren einen dann wie in ein Taxi durch die Gegend. Die machen nämlich jetzt ihr Büro in München auf. Dort soll ein Team unter anderem daran arbeiten, dass Fahrzeuge ihre Position auf der Straße genauer bestimmen können. Das klingt dann erstmal so nach Entwicklerbude und nicht nach Lyft als Dienst in Deutschland. Aber das kann eventuell auch schnell gehen. Denn Lyft hat unter anderem auch schon Verhandlungen in London gehabt. Dort wurde Uber ja die Lizenz entzogen und da wollen sie vielleicht in den Markt einsteigen. Und dementsprechend, vielleicht passiert es auch in München. Obwohl in Deutschland, das wissen wir ja schon von Uber, ist das halt nicht so einfach, den Dienst so eins zu eins umzusetzen. Zu Ende des Monats kommt sie ja endlich von dem ein oder anderen Geek und Nerd sehr dringend erwartet, die MWC, die eigentlich immer in den letzten Jahren von diversen Herstellern neue Smartphones auf den Markt geschmissen bekommen hat. In diesem Jahr schon sehr früh angekündigt, das neue Modell von Samsung. Was jetzt immer mehr weggetröpfelt ist, sind die anderen Flaggschiff-Anbieter. Zum Beispiel Huawei ist jetzt gerade heute weggefallen. Die machen Ende März in Paris was. HTC und LG. Drei grosse Namen, die da nicht vertreten sind. Zumindest nicht mit grossen neuen Geräten oder Ankündigungen. Die machen dann das separat. Man darf aber gespannt sein, es gibt natürlich andere Hersteller wie Vico, Motorola, Xiaomi, Asus, Alcatel etc., die dann vor Ort sind und ihre Geräte präsentieren werden. Es gibt Neues auf der Konsole oder im Nicht-Konsole. Für iOS respektive Android wird Nintendo noch in diesem Fiskaljahr ein neuer Spieleklassiker online bringen. Und das Ganze ist Mario Kart Tour und soll, zumindest eben Fiskaljahr bei Nintendo, läuft am 31. März 2019 aus, schon relativ bald für euch in den Store kommen. Mal schauen, ob wir dann das laden werden oder ob es wieder so eine Krücke wird wie Mario. Was war das? Mario, Mario irgendetwas vor kurzem da im letzten Jahr. Dann hat Apple was verlauten lassen, nämlich es gab ja zum HomePod diverse Gerüchte, welche Musik man darauf abspielen kann. Apple hat jetzt auf der Webseite nachgebessert und herausgebracht, dass man nicht nur Apple Music, wenn man es abonniert hat, darauf abspielen kann, sondern auch natürlich gekaufte Musik aus dem iTunes Store und die iCloud Musik Mediathek, also das setzt ein iTunes Match Abo voraus, Beats One, das Internetradio, natürlich das ganze Podcast Verzeichnis zu unserem Glück und alle anderen Medien kann man via Airplay auf das Teilchen bringen. Also somit doch ein bisschen mehr als nur Apple Music, aber halt doch Apple Universum. Ja, gerade während der Aufnahme unseres kleinen Podcasts, täglichen Podcasts, sind die genauen Daten von Apples Quartalsjahr rausgeflogen. Was man bis jetzt schon weiss, ist, dass der Gewinn sowie auch Umsatz sich steigen konnten, also ein weiteres Rekordjahr bei den iPad und, nee, bei den iPad-Verkäufen ging es leicht ins Plus, iPhone ganz knapp ins Minus und Max auch ganz knapp, aber dennoch grosse, grosse Summen. 77 Millionen iPhone-Set zum Beispiel. Mehr dazu könnt ihr über daily.geektalk.ch nachlesen, genau wie die anderen Themen, die wir hier jetzt drin hatten. Ja, Achim, das waren es die Themen, glaube ich, oder, für heute? Genau, das waren die Themen für heute und ja, ich wünsche zumindest allen Zuhörern wie üblich einen schönen Start in den Freitag, egal ob Schule oder Arbeit, Wochenende steht an, also von daher, ich glaube, alles gut. Genau, nächste Woche gibt es mit einer kleinen Ausnahme dich wieder zu hören. Genau, nächste Woche bin ich wieder am Start, aber nicht, dass ihr dann doppelt überrascht seid, wenn wir euch heute schon überrascht haben mit dieser eher ungewöhnlichen Daily-Folge. Am Montag wird euch kurz nochmal der Martin in die Woche schicken und ich übernehme ab Dienstagmorgen, weil ich ausfertig bin. Genau, ich wünsche euch allen ein schönes und tolles Wochenende, geniesst es und erholt euch und ja, auf viele weiteren Geek Talk Daily-Folgen. Dankeschön, Achim. Ja, danke Martin, danke die Zuhörer. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.